Wir haben Herausforderungen, Wechselmodell, wie können wir die Lücken in den Ferien schließen, 11. bis 12. Abschlussklassen, ich mache hier nur Beispielgymnasium, aber es gilt ja für alle anderen auch und viel Mathebeispiele und Kultusminister, denke ich, sind gefordert. Die organisieren schon Inhalte, ja, frei und so, aber noch, es muss schneller gehen. Deswegen das Video. Wenn der Wechselunterricht kommt und ich schaffe es zu streamen, dann habe ich eigentlich vier Mathe-Stunden. Im Idealfall können die Schüler dann sogar Fragen stellen und dann ist das fast schon wie richtiger Unterricht. Kann aber sein, dass aus technischen Gründen oder aus Datenschutzgründen das nicht geht und dann ist hier eine Mauer und dann hockt er hier alleine und dann sind es eben nur zwei Stunden. Und die schreiben aber alle das gleiche Abitur, die eine mit zwei Stunden, die andere mit vier Stunden, über ein halbes Jahr oder so. Das ist ein Problem. Ich könnte das vielleicht ausgleichen, auch wenn hier diese Mauer ist, wenn ich dem Schüler hier Videos verlinke und sage, zu der Aufgabe schaust das Video an, zu der Aufgabe das Video. Es gibt Schüler, die lieber Live-Video-Unterricht haben und andere haben lieber die Klick-Videos. Aber das ist ungefähr so ein Niveau. Mein Problem ist nur, wenn ich voll vor der Klasse stehe und dann soll ich noch super Arbeitsaufträge für die Zuhause-Schüler entwerfen, das zerreißt mich. Und ich frage mich natürlich immer, warum? Es machen ja alle anderen Lehrer genau das Gleiche. Warum muss jeder das Rad neu erfinden? Kann man das nicht, wenigstens das, jetzt in der Corona-Zeit ein bisschen besser machen? Was ich mir vorstelle, so als Provisorium in der Corona-Zeit, eine Webseite mit Inhalten passend zum Schulbuch, die sieben verstehe ich nicht, dann klicke ich da hin, wenn ich die nicht verstehe, klicke ich da hin. Ich habe zudem hier sowas Passendes und noch eine App und noch irgendwas Interessantes. Es ist nicht die Zukunft der digitalen Bildung, aber die Zukunft fürs nächste Halbjahr. Ja, was ist in den Ferien? Es wird also für diese zwölften Klassen, die bald Abi schreiben, wenn da Ferien sind, wird es Lehrer geben, die streamen dann von der Berghütte aus. Die wissen jetzt, wie es geht, jeden Tag eine Stunde. Und dann sind die getrainiert und dann gibt es einfach Berghütten ohne Internet. Und die haben das nicht. Und da haben wir wieder ein Problem. Also Ferien sind so ein Riesenthema. Lücken in den Ferien schließen, da stelle ich mir eben auch diese Homepage vor. Nicht irgendeine Geometrie, sondern mit der passenden Klasse und meinem Lehrplan. Und alles passt. Dann kann jetzt, wenn die Eltern die Kinder unterstützen wollen und haben keine Ahnung von Mathe, muss es auch funktionieren. Das heißt, die Eltern klicken da rein und dann sagen sie, das scheinen die wichtigsten Aufgaben zu sein. Wenn wir es nicht verstehen, klicken wir auf Video, haben eine App, haben alles Mögliche. Ich meine, ist doch keine Hexerei. Heutzutage hat so eine Homepage vielleicht ein Forum. Auch in den Ferien, wenn der eigene Lehrer mal drei Tage offline ist, dann kann man da die Frage stellen. Hier, wir verstehen die Aufgabe nicht. Irgendein Student antwortet. Und ich könnte jetzt hier auch einen Test und es gibt tolle Moodle-Geschichten. Also nicht nur langweiliges Rechnen und Auflösen. Wäre alles möglich. Also diese Webseite brauchen wir für die nächsten Ferien. Also bald. Also muss was passieren. Es passiert ja schon ein bisschen was. Also wir haben hier die Wir Lernen Online. Super. Sind tolle Leute, alles super. Das Einzige, es ist unterfinanziert. Wenn man hier rauf geht, das ist halt noch nicht das, was wir brauchen. Und ich glaube, in vier Wochen sind sie auch noch nicht da, wo wir sein müssen. Es ist einfach zu wenig Geld da. Also wir müssen vom Kind her denken. Wenn wir in vier Wochen tausend sortierte Mathe-Videos brauchen, ja, dann müssen wir die halt machen. Nicht von den Bürokraten her denken, was können wir. Also die dürfen nichts zu sagen. Aber also die Einstellung, whatever it takes, die brauchen wir jetzt nicht nur für die Lufthansa und für TUI, sondern eben auch für die Schulen. Und dann nicht nur an, mal weiter, nicht nur deutsche Kinder, ja. Wenn wir hier sowas lesen über Brasilien, Indien, Südafrika, das ist schon gruselig. Und wir reden hier immer von freien Inhalten. Das kürzt man ab mit OER. Wir haben in Europa Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Englisch. Wir haben die wichtigen Sprachen. Wir könnten uns zusammentun. Das kostet halt ein paar Milliarden, aber das Geld ist ja da. Und dann hätten auch Kinder in anderen Ländern, an das Smartphone kommen die meisten schon irgendwie, hätten dann eine Chance, wenn die Inhalte gut sind. Und die Lehrer dort können freie Inhalte anpassen. Können sagen, Dankeschön, aber an der Stelle, ja, das können wir vergessen. Das sehe ich anders. So, Norwegen ist ein super Beispiel. Der Herr Müller war dort, der erklärt es toll. Die haben auch irgendwie gestartet und haben den Weg natürlich geschafft zu echten Profi-Inhalten. Das heißt, wenn ich hier so von Professorien fürs nächste halbe Jahr rede, ist mir klar, das ist nicht die Zukunft. Wir müssen diesen Weg dann gehen. Aber erst mal anfangen, ja. Und der Start ist da, aber zu langsam. Ja, wir Lehrer haben das schon im letzten Mai bei der ersten Geschichte gefordert. Und man sieht einen Daumen rauf und runter, das sehen eigentlich die meisten gleich. Also im Detail kann man Dinge ändern, aber im Wesentlichen, es geht freie Inhalte. Ja, mehr und Struktur und finden und das und das und das. Aber kam nicht, also muss man es jetzt noch mehr anstrengen. Das mache ich nur so nebenbei, weil nur Videos, das ist auch nicht die Zukunft. Also ich glaube, Politiker meinen, wenn sie uns ein paar Texte und Videos und Bilder geben, sind wir glücklich und so ein bisschen was. Und es geht noch viel weiter in den nächsten zehn Jahren. Ich bedanke mich, bis jetzt zugehört zu haben.